Schmolle, jetzt was geht ab hier auf dem Kanal 1,8,9 Heute machen wir ein neues Video über GTA Online Auf jeden Fall Wenn man durch ein Video will, kann man eigentlich ein Geld ausmacht in GTA Online, also in GTA 5 Online benutzen, jetzt zum Beispiel Geld einzahlen, abheben Ja, das zeige ich in diesem Video auf jeden Fall ja, schneide ich dran und ja, los geht also erstmal also ich zeige euch nur eine Möglichkeit leider, ja geht jetzt mal auf Internet, also auf diesen Handy dann auf Internet dann auf Finanzen und Dienste dann geht ihr ganz nach unten zu MazeBank.com auf jeden Fall hier hin ist ja, dann drückt ihr auf jeden Fall ja, das da jetzt, bla 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 dann auf jeden Fall Einzahlung dann sucht ihr aus wie viele Einzahlungen, meine aktuelles Dollar sind 100.000 das, ja, zahlt es ein ja, fertig ist, habt ihr auf dem Konto stand 118.000 Dollar, ja, wir waren das was eigentlich schon, ja, also ja, like, like das Video, wenn es euch gefallen hat Ciao